Guten Morgen, Lale. Heute bist du zu uns gekommen und schon scheint die Sonne wieder. Das hat ja nichts mit mir zu tun, das hat eher etwas mit der Wetterlage zu tun, denn unser Osten profitiert heute. Wir haben die besten Karten, aktuell 15 Grad in Berlin und es geht noch hoch auf 21 Grad. Dorothea war ganz schön dick angezogen, habt ihr das gesehen? Vorm Bundesrat? 15 Grad? So richtig warm ist nicht, ne? Also da geht noch was. Gucken wir mal, wie sich das den Tag über bei Dorothea verhält. Aber wir haben die besten Karten, wir haben heute einen wirklich schönen Herbsttag und der will genossen werden. Wir schauen drauf. Die Arbeitswoche endet unbeständig, nur unser Osten darf sich über erstklassiges Herbstwetter freuen. Zunächst aber die Europakarte. Wir liegen weiterhin in einer kräftigen Strömung aus Südwest. Die Luft, die uns erreicht, lag vorher auf dem Atlantik, hat dort ordentlich viel Feuchtigkeit mitgenommen, sprich es wird regnerisch. Aber weil unser Osten von dieser Regenquelle am weitesten entfernt ist, bleibt es dort meist trocken. Von Berlin bis Sachsen und regional auch im Süden geht es mit lockeren Wolken durch den Vormittag. Später am Tag ziehen dann im Westen Schauer auf und auch Bayer bekommt dann am späten Nachmittagabend etwas davon ab. Genauso wie der Norden ungefähr von der dänischen Grenze bis zu den ostfriesischen Inseln. Der Wind hält sich heute nicht zurück, sorgt an unseren Küsten für stürmische Böen oder Sturmböen. Aber glauben Sie mir, ich bin Fahrradfahrerin, auch im Landesinneren wird es durchaus mal windig. Von der Mitte bis in den Süden wird der Tag wie angesprochen, von Regen und Schauern gezeichnet. Aber von den östlichen Mittelgebirgen bis Vorpommern dürfen Sie sich auf Sonnenschein freuen. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 14 Grad im Saarland und 22 Grad in der Lausitz. In großen Teilen des Ostens geht es durch den Sonnenschein auf über 20 Grad, zum Beispiel auch bei uns in Berlin mit 21 Grad. Im Südwesten sind die Wolken etwas dichter, dort geht es nur auf bis zu 19 Grad in Stuttgart. Am Samstag ziehen die Schauer im Osten schnell ab, aber aus dem Süden und aus dem Norden kommt neuer Regen ins Land. Am Sonntag dürfen wir dann alle zusammen einen schönen Herbstspaziergang machen. Nur im Norden, da sollten Sie unbedingt ein Friesennerz mit einpacken. Und die kommende Woche startet dann im Süden regnerisch. Das Nass breitet sich dann langsam auch bis in den Osten aus. Wir und die Zuschauer gemeinsam zum Herbstspaziergang, wir müssen mal ein Ort festlegen, oder? Aber habt ihr gesehen, die Temperaturen werden nachts wieder wärmer. Maira hatte gestern nämlich zweimal 0 Grad drauf, also fast schon Gefrierpunkt. Und jetzt stand da 1 und 2. Es freut mich, wie aufmerksam ist, wie das verbrückt. Der goldene Herbst rückt immer näher. Es sind die kleinen Dinge für Carsten. Das stimmt nicht. Die zählen im Leben, die kleinen Dinge. Klare, danke. Vielen Dank.